Tagesenergie, Donnerstag, 24. März. Zum Zahnarzt gehen, falls nötig, wäre heute gut, es tut weniger weh als sonst. Bucherungen und Warzen entfernen lassen wäre ebenfalls bestens. Veränderungen, Lösungen können mit viel Tatkraft und Sicherheitsgefühl angegangen werden. Sie fühlen sich erdverbunden und können gut eine erwünschte neue Basis schaffen und auch Verbesserungen erreichen. Sie und Ihr Umfeld packen gerne an und so geht auch einiges weiter. Sie sind sehr aktiv und haben einen hervorragenden Instinkt. Auch die herrschende Kundaline-Energie kann bestens genutzt werden. Alles läuft sehr schnell und intensiv.